Ist doch dumm. Na klar, mitzum. Na klar, mitzum. Tänne damit, die 3, 2, 3, 3, 1 Wunnen. Wenn du wiederstimmst, kann das Hüge werden. auch klar natürlich nur ausweichen wenn es nicht funktioniert das kam system knackiger werden für solche schweren sachen da bleibe ich dabei der welt ja auch noch am ende im endgame meckern und ja Das war's für heute. Ich will doch einfach nur... Wie verwirrend diese Scheiße ist, ne? Ähm, ausweichen. Das war's für heute. Ah, fick doch deine Mutter, ihr Huren, Mann, ey. Ah ja, klar. Ah, fick dich denn, ey. Ah! Das war's für heute. Warum nicht gleich so? Ja, knackiges Kampfsystem können andere besser. Das war ein starker Gegner. Eve, alles gut? Ja, weiter geht's. So, hab ich hier irgendwas... Hoffentlich gab's auch ordentlich Kohle. Auf Lager, ist doch gut. Ich hab genug Auf Lager. So, wenn ich mich jetzt ausgucke, muss das aus meinem Lager alles draußen sein. Und gelagerte Gegenstände wurden eingel... Ja, genau. Ich weiß nicht. Irgendwie... Schubfähigkeit, Angriffskraft. Ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich das mal trage. Hat was. Modifikation... Komboangriffskraft... Angriffstempo... Nehm ich vielleicht das mal. Ich probier's mal. Das ist kein Alltagsoutfit. Ist es nicht. Definitiv nicht. Aber gut. Nehm es mal so hin. Neufundland Dry. Ist das eine Bierdose? Oh nein. Ja, wenigstens gab das Kohle. Ah, hier komm ich wieder hoch. Deswegen, jeden bisschen kriegst du Damage. Aber wenn du dich an Dingsbums hochhältst, easy peasy. Warte mal, da muss ich hin. Und da will ich hin. Kiste, Kiste. Hey, hätte nicht gedacht, hier rein zu müssen. Aber okay, nehm ich mal mit. Da oben ist auch noch eine Kiste. Was ist da hinten? Oh, da ist noch eine Kiste. Kannst du mal sehen. Hätte ich alle vergeigt. Omni-Bolzen. Ja, ich weiß. Aber ich würde gerne wissen... Wie ich diese Omni-Bolzen kriege. Benutzen kann. Achso, ja, warte mal. Kannst du das nicht hier machen? Ja. Peter, Fähigkeit, Angriffskraft, kritische Trefferrate. Mach ich das mal? Vielleicht kann ich auch irgendwas verbessern. Ne, hab ich schon alles. Okay. Das ist gut. Gibt es hier noch eine Kiste? Ne, ne? Sieht alles ziemlich leer aus. Außer dort, ja. Aber das haben wir schon. Gut. Gehe ich noch da oben nach... nach da oben. An diese Kiste hier. Na, ist immer recht knapp, ne? Nehme ich mal mit. Achso, das ist einfach nur rotes Licht. Na, super. Hauptsache, speichern. Woher habe ich denn so viele auf Lager? Vier Fähigkeiten habe ich. Uuuh-pa. Ich habe keine Ahnung, was der Schub ist. Naja. Überleben und Angriffhammer. Peter mache ich auch noch. So, wie schaut's denn aus? Naja, geht ja noch. Mehr Zuschauer als gestern, wenn auch der Chat weiterhin relativ ruhig bleibt. Eine Liftroute ohne Lift. Toll. Kein Problem. Was? Ach, nichts. Das schreit nur förmlich Gefahr. Guck mal, ist da alles unter Wasser. Mist. Völlig überflutet. Das ist doch gut. Keine Gegner. Schon wieder? Immer. Die Entwickler, Yves, wollten dich nackig sehen. Schön, feucht im Wasser. Schildzerstörung. Ah, ist nix. Schade. Ich dachte, da wäre noch so ein Geheimgang oder sowas Geheimnisvolles. Lass uns scannen. Es gibt drei Tore und ein paar andere Dinge. Erstmal brauchen wir einen Ausgang. Es gibt drei Tore. ZF. Spannend. Ah! Weiß nicht, ob ich dahin will oder dahin zuerst, aber dahin muss ich, dann will ich hier lang. Ich habe mir gedacht, dass da noch was ist. Hählende Drecksau. Rotzviecher. Ja, nämlich mit Tranksystem Erweiterungsmodul. Das gefällt mir auch sehr gut. Es gab nur EP, okay. Ich glaube, hier war ich nur für den Roboter. Den Typen hätte ich auch scannen können ohne. Vergiss die kaputte Tür fürs Erste. Na dann. Da oben ist das grün. Das war so ein Gegner. Warum schwimmst du nicht gern? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es erinnert mich zu sehr an meine Geburt. Ist das Wasser hier auf der Erde nicht immer kontaminiert? Nun, gesund ist es nicht. Schon beim Gedanken, die Drohne zu putzen, wird mir schwindelig. Ja. Ich denke, es ist ja so ein Blumen. Wie komme ich da hin? Okay, da komme ich erstmal nicht hin. Sie erinnert mich an meine Geburt. Ich kann mich an meine Geburt auch nicht erinnern. Finde ich auch immer wunderbar, wenn irgendwie Leute immer fragen, ja, an was erinnern sie sich? Was ist denn eines ihrer schönsten Erlebnisse, sag ich immer, muss ich immer sagen, ja, meine Geburt. Da kam ich ganz groß raus und werde mich niemals daran erinnern. Okay. Okay. Alpha, okay. Ich bin doch da. Doch alles gut, ich habe doch nichts gesagt. Hab ihn. Lass uns gehen. Jetzt schon? Und wenn wir uns noch kurz umsehen? Nur ganz kurz. Aber warum sollten wir? Wenn wir es machen, sollten wir es schon richtig machen, oder? Ja, Die Dinger kann ich eh nicht. Dafür sind wir es super. Nano-Element, okay. Ich meine, es kann nie schaden, sich mal richtig umzugucken. Da muss ich dem Jungen schon recht geben. Siehste? Hat sich doch gelohnt. Körperkern, wunderbar. Gefällt mir schon eher als dieser Beta-Kern. Kann ich die nicht auch schieben, wenn es sein muss? Wollen wir mal was probieren. Ich glaube zwar nicht, dass das was hilft. Warte, was? Das funktioniert. Korsair L. Oh wei, sind das Biermarken oder was? Ich muss nur gucken, dass ich wieder zurückkomme. Ach, komm schon. Jetzt komme ich dir nicht mehr zurück. Oh, come on. War das jetzt so ein... Eigenschuss. Oh, come on. Will er mir sagen, ich komme jetzt hier nicht mehr durch, oder was? Aber hier soll man rein, definitiv. Vanessa, kann ich mir nicht erklären. Oh, ja, okay. Das hätte ich mir auch sparen können. Hier ist noch eine Kiste. Aber wie komme ich denn da hin? Nee, hier komme ich denn nicht hin. Da. Ah. Was ist das? Höherentwickeltes, äh, Stuff. Oh, komm schon. So, geht das jetzt wenigstens? Ja, Alpha. Ja, war der Code. U, N, Zelt, G, Kacken, G. Was zum Geier? Alpha. Ja, okay. Verstehe. Habe ich auch aufgeschrieben, habe es nur falsch abgetippt. Was für eine Zeitverschwendung. Zeitverschwendung? Das war nicht komplett sinnlos. Das ist mir egal. Ich will einfach nur ein Bart. Es war eine Zeitverschwendung. Es war nicht komplett Zeitverschwendung. Ich will einfach nur ein Bart. Äh? Verstehe ich jetzt nicht. Na gut. Das Schwimmen gefällt dir sicher am besten. Auf jeden Fall. Vor allem in diesem Outfit. Das muss sein. Chris, mein Guter. Ich weiß gar nicht, was da noch abgeht. Ich kann nicht, ich kann nicht erwarten aufzuhören. Ich will über die Enten zu klicken und mir danach an der Palme zu wedeln. So muss das sein, mein Junge. Sie haben Kindern Waffen gegeben. Eines der verängstigten, eines der verängstigten Kinder brachen Tränen aus. Das arme Kind wurde weggebracht und man hörte nie wieder was von ihm. Versuchen wir überhaupt noch, diese Monster zu bekämpfen? Oder werden wir gar selbst zu den Monstern? Tja, eine gute Frage. Das Kind hat geheult, weil es eine Waffe in die Hand bekommen hat und wurde dann geschnitten. Was? Fuck! Hier! Ich glaube, es lag nicht am Schwimmen. Ich glaube, es lag nicht am Schwimmen. Alles okay? Fürs Erste. Kip, pass auf! Sprech! Ich glaube, es wäre schon längst so was von kaputt. Nun, zumindest wird es nicht langweilig. Ich glaube, dass Sie nicht mehr wissen müssen. Ich glaube, es geht offered closely. Nein! Ich glaube, es istcisdu. Mann, ne, Mann, ne, Mann, ne. Kohle, 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 Kohle. Ich hätte bei dem Ödland wahrscheinlich wesentlich mehr farmen sollen. Eieiei, ich kann mich kaum auf die Couch flitzen ohne mich irgendwie... Ich werde alt. Der Tod naht. Ich bin ganz allein in diesem dunklen Ort. Ich komme mir vor wie ein Kind, das weit weg von der Mother of Bear ausgesetzt wurde. Reicht ihre Güte nicht bis in die Tiefe? Mutter! Hier war gar nichts knapp, Mutter. Wir kommen dem Alpha-Signal immer näher. Der Alpha-Natiba ist anscheinend oberhalb dieser Treppe. Eieiei, sieh mal hier. Ein Stuhl. Achso, das da. Ein Vermächtnis des zweiten Landetrupps. Da bin ich aber gespannt. Vielleicht können wir das Geheimnis des vorherigen Vermächtnisses lüften. Warte. Wenn wir es hier abspielen, könnte das andere Netibas anlocken. Keine Eile. Dafür ist noch genug Zeit, sobald wir den Alpha-Kern gefunden haben. Ja. Fokussieren wir uns auf den Kampf gegen den Alpha-Natiba. Ich bewahre es auf. Los jetzt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Sieht ja schon fast so aus, als würde er uns daran hindern wollen. Hm. Ich hab nicht genug Kohle. Ich hab nicht genug Kohle. Erstmal ausruhen. Das nenne ich doch mal mit. Was ist das hier? Ein uraltes Wasserreinigungssystem. Das ist die Quelle der Kontamination. Das ist die Quelle der Kontamination. Ja. Wir haben es endlich geschafft. Es wird interessant. Eve. Da hängt was in der Luft. Sieht aus wie ein Mensch. der noch lebt. Was machen wir? Wir müssen sie vor der Kontamination... Was ist das denn? Unmöglich. Das wird wahrscheinlich unser Endboss sein. Taki. Wie? Wieso bist du hier? Warum nicht? Das Alpha-Signal wird stärker. Eve. Das ist dein Alpha-Nethieber. What the fuck? Oh nein. Nein. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ich bin nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Lenk mich doch am Eiersack. Ich hab keine Ahnung, wie ich das BU benutzen soll. Die Dinger sind einfach viel zu schwer zu triggern. Ich hab keine Ahnung, ich glaube nicht. Das war's für heute. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, aber geil. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Dieses Outfit war für euch das Beste. Weg! Für den Kopf. Eilige Scheiße. Es kürzt ein! Vorsicht! Nein! Au. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Warte mal. Na komm, er. Au. Hast du das Schwert nicht weggeworfen? Es ist vorbei. Ja. Sie wird aber sterben. Lass doch den Allverkehr nicht fallen. Ich... 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 Ich...